So, da sehen wir auch wieder eine Band und die werden jetzt mal ein bisschen spielen. Und bevor wir das hören, kurz, wer ist das, André? Das ist der Trompeter-Showkorps Leinegarde. Genießen Sie das, die flippen nämlich jetzt ein bisschen aus. Das ist der Trompeter-Showkorps. Das ist der Trompeter-Showkorps. Also das ist schon mal ein bisschen was anderes als der typische Schützen-Marsch, den man hier gehört hat gerade. Das liegt halt einfach, dass es ein Showkorps ist und da sieht man dann schon die Unterschiede zwischen den Spielmann-Zügen. Und jetzt haben wir Damen dabei, die vorne mitlaufen. Drei-Hand Schützengesellschaft Linden 1906 mit der Stadtkönigin Gabriele Siebrecht. Ja, das steht auch vorne drauf, kann auch jeder lesen und Einzug haben die ja auch gehalten. Früher war es ja eine reine Männersache, das Schützenwesen. Mittlerweile sind Frauen auch sehr aktiv bei euch. Mittlerweile schon sehr, aber schon auch seit längerer Zeit und punktuell sind sie auch erfolgreicher, weil sie einfach die Ruhe selbst am Schießstand sind und es ist halt einfach auch ein Schießsport.